Wenn Sie losfahren, dann stellen Sie fest, dass Sie eigentlich immer ankommen. Das hat was, ja, religiöses ist vielleicht der falsche Wort, aber das hat was ganz Fundamentales. Wenn du den Mut hast, loszugehen, dann wirst du auch aufgehoben sein. Es gibt keine Grenzen, definitiv keine Grenzen, und wenn du auf John Lennon hörst, würde ich sagen, dass du die Romane Menschen verstehst. Früher bin ich in der Pause mit den anderen Studenten hier gesessen, aber man kann überall Musik studieren, überall in Europa. Das Leben beginnt auch erst an. Wenn sie sich von ihren Eltern, das ist ja wunderbar, Vater und Mutter, wenn sie sich anfangen zu trennen und einen Eigenweg zu finden, die Distanz, in der Distanz, die mit Qualität auszufüllen, auch die Völker untereinander. Was kann ich lernen von den Romaer Menschen? Well, you can see the friendliness, laughter, no borders. There's zero, you put them in a cage and they'll die. You have to leave the borders open.